Leute, wir zocken wieder TTT Jawoll Was? Geilen Gamer Jawoll, alle reinreden Und zwar mit Chico Daru Franz Kapuze Kunran Maxi Nils Pixel Fisk Und ich Juli Merse Wuhuuu Heute hat Juli die Boobcam an, Leute schaut mal vorbei Spiel und Spaß Das ist die Boobcam Pixel und Spaß Kapuze Gibt Pizza aus für alle Jaa Geil Hey Fisk hat hier im Laden irgendwie geschlossen Hey Kapuze, steh die Pizza mal hin Nein Die Pizza ist ne Traitorfalle Die Pizza ist ne Traitorfalle Die wird jetzt geteilt In Die Leute Oh Gott Die grünen Dinger Ich kann nicht glauben Schildkrötenpizza Ich kann mich bewegen Ich bin hängen gesieben Ah, das geht wieder Hey Juli wurde ge-eisknifed Die Schlappen Und dann nicht ge-killt War kein Eisknife Der hat nicht mal seine Chance genutzt Wie soll ich das denn fangt? War kein Eisknife Knife 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 Und wo war das? Mau Mau Ich wurde angeschossen Ich wurde nicht der so viel Ich warst Kapuze von dem random angeschossen Kaffee 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 Servus Kaffee Dein Tablet Fisk Tablet Kame Kame Huren Kame Kame Huren Die Pizza ist Hotbombs Oh was für dicke Melonen Oh sie hat die- sie hat die Bootcamp von Juli gesehen Ja Boopcamp? Ja, dies an. Immer. Bootcamp? Boot... Aha! Bootcamp? Das wär mal interessant, was man da... Bootcamp oder... Camp. Oh, die Pizza! Wieso? Lebt denn der alte... Denn er hat... Kapuze ist safe. Kapuze ist safe. Hier sind noch mehr Leichen. Was hast du getan, Kapuze? Und immer Kapuzen-Boy. Hier ist ein Baby! Hier ist ein Baby! Der hat mir die Pizza zu... Zurückbringen. Da kam... Das Baby! Das war's Shigo! Los, Fizz! Ja! Warte mal, er hat sich den Deta rausgeklöppelt? Die hat den Deta... Der hat Grants ausgeklöppelt, ne? Ja, hat sie. Also Maxi ist safe. Deine Mütze fliegt hier rum. Warte mal, da liegt er. Kapuze ist auch safe. Ja, ich hab den Salo gerecht. Nice one! Da hat er mitgedacht, der... Wollte gerade schießen, ey! Waffe stecken könnt! Oh! Ich hab Grants dreimal geeisknifed, ey! Du bist doch ganz nie geflogen, Grants. Du bist einfach verbunden. Weiß ich gar nicht genau. Hä, du hast mich aber nicht getroffen, Fizz, oder? Ja, nichts ist passiert, ne. Fizz trifft nie was. Ich hatte das heiße Ding da. Melonen, Melonen. Das ist doch, dass du immer jemanden mit dem Baby killst, und danach noch einen, der erste Kill, der einem keine Freiheit gibt, einen Random Kill zu machen. Ja, aber dafür gibt er der Baby Launcher, kannst du auch einen Fremden töten. Ich pack mir jetzt erstmal ne Pizza ein. Ja, das stimmt natürlich. Leute, ich hab heute den Detective Pass. Ich hab den Attack wieder gezahlt. Die Money Money! Oh, Darlum Grants als Dete, die Arme. Der ist auch immer billig eigentlich, aber nicht. Die Arme Traitor, so wie Nils! Nils ist los, okay. Hallo! Pixelan ist es. Nils ist es schon wieder. Nils ist es schon wieder. Geh weg! Welchen Team sind wir eben? WTF? Maxi hat sich teleportiert! Bleib zum Abschuss! Bleib zum Abschuss! Bleib zum Abschuss! Wo ist er? WTF? Er ist irgendwo aufs Dach oder so. Okay, ich schieß auf ihn. Alles klar. Das ist nicht nett. Nils schießt auf mich. Leute schießen auf mich. Oh ne Cola. Cola. Mit deinem Gesicht. Ich hab dich im Auge dadurch. In your face. Das ist nicht normal. Ich hab dich schon eingedrückt. Ich surrender. Oh, das ist gar nicht die Teleportkarte. Die sieht Kind aus. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Herr Schießtahannes. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Machen sie denn Nightshade, den sie gar nicht kennen? Was? Nightshade? Wir brauchen ihn. Ach, schon wieder! Wart! Hexel! Verfolgst du dich! Ich glaube, du läufst hier rum, weil du kaufen willst. Ah, jetzt hat er mich doch mal wieder schwörser. Ich glaube, du. Jetzt will ich auch mal hin. Claimor im Haus. Wow! Der Demo im Haus! Claimor ist so ein Kapuzen-Ding. Ja Baby, ich bin der Gift-Typ. Gift-Typ? Ja und wer ist in dem Haus? Der Kapuze! Es ist auch Kapuze, Leute. Oh, come on. DNA! Ich hab' DNA! Was ist das bei der Leiche? Alles klar. Hält dein Maul. Hält dein Maul, ey. Hält dein Maul, ey. Jetzt könnte aber... Da ist Kapuze, Leute! Doch, war's nur. Jeder darf Kapuze einmal boxen. Ich war das nicht! Doch, war's nur! Ey, wer tötet Julie? Ey, Pixel hat Julie getötet! Gut gemacht, Pixel! Das war ich! Nichts hat überhaupt drauf geschossen. Ich nehm' DNA. Hat der auch, ja. Es war... Pixel war's. Die DNA uns verraten. Sie sind safe. Sie sind safe. Ich schieß mir gleich in den. Nee, wir sind noch zu viele. Bisk und Kundran sind die letzten beiden, die noch nicht safe sind. Dann ist es Fisk. Hallo? Nein, Fisk ist safe! Nein, Fisk ist safe! Diese Person hier umgebracht! Diese Person! Das war Pixel. Ach, wo ist er? Das war hier wenig. Dann ist es Fisk. Das heißt... MacFly... Ja, halt! Wir wissen doch schon, dass es Kapuze ist! Wir wissen doch schon, dass es Kapuze ist! Kapuze! Kapuze und Fisk! Komm ehrlich jetzt! Ich belästige Kapuze jetzt so lange, bis er mich abknallt! Komm! Schieß Fisk! Aber schieß auf mich! Wir wissen, wir fallen auf Fisk! Nein, auf Fisk ist es nicht! Ich bin nicht auf Fisk! Hä? Fisk und du warst doch safe! Nein! Fisk ist immer noch safe! Alles gut! Fisk ist der einzige, der safe gewesen ist! Irgendeiner hat grad mit... Hallo Kapuze! Schieß auf mich! Es ist immer noch Kapuze! Es ist auch Kapuze! Schieß auf mich! Töte mich! Detektiv-Befehl! Ja! Weil du dich nicht an den Detektiv-Befehl hältst! Kundenrand identifizieren! Ja! Ja! Warte! Yo! Ey! What the fuck! Und Pixel der letzte! Mach ihn! Komm! Mach ihn! Kräft dich! Ah! Ah! Unglaublich! Die leiten 1 und 1 zusammen, Pixel! Warum erschießt du mich? Ich hab gesehen, was du mit meiner Leiche gemacht hast! Oh! Du hast sie gewickelt! Warum Pixel? Ja! Ich hab sie gewickelt, ja! 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 Ja, weil nur noch ihr beiden übrig wart! Pixel war safe und wir hatten nur noch zwei andere Innos! Ne, zwei Detektivs! Ja, und zwei Detektivs! Ja, und zwei Detektivs! Aber das ist egal! Aber Kapuze war zu obvious! Er ist der Einzige, der das macht neben Crashlane! Das ist der Giftboy! Ich habe die Kemal zum ersten Mal heute benutzt! Ich bin nicht daran gestorben, weil ich reingelaufen bin, sondern weil ich dagegen geschossen habe, um sie zu entschärfen! Das lief wohl nicht so, wie du sagst, oder? Alter! Dallu! Was denn? Ich stand hier! Warum? Ja, hier! Ich stehe hinter dir! Hier stand ich und du ballerst den drüber! Schwenzer! Du musst nur in die Scheibe! Alter! Also einer ist wie der Pixel! Ich wollte mir hier die... Alter! Okay, wer hat mich da runter geschubst? Ich war das! Okay, dafür kriegst du die Melone an den Kopf! Du kriegst die Melone an den Kopf! Los komm, wir holen uns Kunden ran! Nein! Nein! Oh, fast über Bande! Schmeiß Kapuze! Dallu schon die Dritte? Oh, er hat die beste Waffe im Spiel rausgenommen! Komm, ich hol mir die Kritze! Aua! Aus dem Weg, Maxi! Oh, du wirst angeschossen! Ah! Scheiße! Schon wieder, ey! Wir haben uns beide gehauen! Hier hat keiner geschossen! Oh, ja! Ich hab dich grad nicht geschlagen! Ich hab die Melone geschossen! Du hast mit Julia zu mich geschlagen! Ich wurde grad gebeamt! Gebeamt? Mhm! Gebeamt Dingsboot! Dallu wieder am Werk hier! Ja, Dallu ist wieder im Spiel raus! Dallu schon wieder, Dete! Ein Lied für mich? Ja! Julia hat geschossen! Was machst du hier? Ja, Maxi! Hä? Wenn ich auch was pelle! Ja! Du hast nicht bezahlt! Guck doch mal! Ah! 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 Welche Grants ist das? Uuuhu! In dem Shop! Im Waffenshop! Sag mal aufzu nerven! Grants im Waffenshop! Er hat ne Claymore gelegt! JA! Willste mich verarschen? Ah! Willste noch Kackfindenue sein? lapht! Du hast nichts gesehen! Ah! Das ist mein Ziel! Ja wo ist das denn mitiä? Das ist eine Hölle, war das? Hab ich ja was zum Trink gefunden habe? Jetzt lauft die alle in seine Claymores rein. Das geht nicht in den Waffenjob, das liegen über Claymores. Ja, richtig. Was ist ein Claymore? Ist Gren's tot? Eine Antipersonenmine. Antipersonenmine. Ich hab ihn gekillt. Geh durch die Tür. Geh durch die Tür. Geh durch die Tür. Geh durch die Tür. Das ist der Weg nach Narnia. Unten im Keller ist auch noch einer, also Vorsicht im Keller. Da fliegen zwei. Wo ist der Gren? Was haben wir denn noch? Zwo? Was war das denn bei euch? Weil die Tür, die mysteriös verschlossen ist. What the fuck? Das klang nur... Voll geil. Das klingt wie so ein Zelda-Ruin. In nem Waffenladen links ist ne Tür. Kann man die aufmachen? Was ist da hinter? Das ist das Büro vom Claymore im Zweifelsfall. Okay, okay, da will ich ja nicht rein. Im Zweifelpreis ist ne Claymore dahinter. Crap ist da noch drin. Maultalk zum Ablenken. Jaja. Jetzt nicht mehr. Hast du geregelt? Hab ich geregelt. Feden. Hast du noch jemand tot drin? Beim Schiegen grad in der Hand gehabt. Hey wo ist die Kranz? Kranz ist tot. Das ist aber ein schöner Tag. Hier wird abgehangen. Ja, ich seh grad. Hier wird abgehangen. Dalo hat da noch jemand drauf geschossen auf Glanz? Nein, nur ich. Ich hab ja auch drauf geschossen. Warte, wer ist das Problem? Was machst du da? Ich wollte mich mental drauf vorbereiten zu schießen. Guck in die weite Ferne. Darf ich? Das ist so romantisch. Ja. Ja, heb ihn auf Fisk. Fisk ist es. Heb ihn auf. Jawoll. Heb ihn auf. Shigo ist es, Shigo ist es. Shigo hat ein Baby geworfen. Shigo ist es. Da, 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 da. Au! Auf Fisk. Das war der beste Move von Fisk. Oh, den hat's gedacht. Ich hatte alles voll. Und die eine scheiß Claimer wurde durch die Leiche ausgelöst, ey. Ja, aber du warst ja eh schon gecallt. Nein, ja nein, ich mein, die die mich getötet hat. Ich hab die ganze Zeit gewartet, dass da aus seinem scheiß Kämmerchen rauskommen. Warum soll ich denn da rausgehen? Da lag die Trainer Leiche drin. Häh. Mäh. Häh. Häh. Ohne den Arskenner. Ohne den Arskenner, ja. Noch zwei Sekunden. Eins. Eins. Oh, komm, Shigo Cheese. Shigo Cheese. Shigo Cheese Nuggets. Oh, boah. Shigo Cheese Nuggets, ey. Lecker. Gibt's aber gut. Ich wollt grad sagen. Da kommt die Shigo nicht so rein, da kommt sie in den Mixer. Oh. Häh. Häh. Du kommst gleich mal in den Mixer, mein Freund. Hallo, wer sind Sie denn? Hey, was machen Sie denn hier? Das ist ja nicht der Wilde Westen. Du wärst nie erfahren, wer das war. Es ist eine urbane Legende. Ja. Eine urbane Legende. Der Mann vor dem Fenster. Spätestens wenn der Poli fast food gegenüber vom Wackenladen gebaut wird, ja. Dalu hat gekauft. Dalu hat gekauft, Leute. Box den. 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 Oh. Häh. Häh. Nichts leiden. J Es geht an Gewohnheiten nach, er holt Essen aus und nötig. Juli, was machst du da? Juli! Juli! What the fuck? Unglaublich. Darf ich sie wiederbeleben? Aua! Warte auf! Mit Bande jetzt nicht. Man schießt auf mich. Wo bist du? Hinter dir. Einer von denen muss es sein, weil sie hat keine Credits mehr, obwohl sie kein Item hatte. Will hier irgendeiner cool weg? Neil's oder McFly. Einer von beiden. Wir sind dann ganz hoch, dann kommt der runter und tötet dahinter. Oh, schade. What the fuck was ist das? Oh, schade. Oh, schade. Wieso liegt die Leiche schon im Müll? Das ist eine schnelle Entsorgung hier wegen der Angefackel, ey. Ganz schön. Ey. Was dann am Ende wieder heißt, wir müssen mal wieder den Müll rausbringen und wir gehen mal nicht durch. Na Fisk, siehst du alles mit der Sniper? Ja. Fisk. Ich schwie gar nicht neben Fuß, der kann gar keine Sniper haben. Hey! Er hat mich hier geschossen! Ah! Wer? Wo? Ja weiß ich ja nicht. Wie bist du denn? Da waren viele Menschen, die auf mich geschossen haben. Fisk auf dem Dach, hab geschossen. Ja, das ist Nils und Dalo. Oh, auf Fisk wer hat geschossen gerade. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Kapuze hat auf Fisk geschossen. Ich hab hier alles im Blick, ey. Ah! Da, Hilda! Siehst du? Also Kapuze hat auf jeden Fall... Pixel! Pixel! Pixel frei zum Abschuss! Hier, der Überwachungshelikopter hat's gesehen hier oben. Nils und Kapuze, du... Nein, stopp! Wer? McFly fehlt. McFly ist es! Giftgas! Da ist er! Stimmt! Er hat einen fahren lassen, Leute. Ich bin hier oben in Sicherheit. Kapuze, komm hoch! Okay, ich komm hoch! Wo bist du? Kapuze hier, schnell! Wo? Hier oben! Wo? Hinter dir! Wo? Hier auf der... Kapuze hier oben! Er müsste eigentlich doch in dem Haus sein, wo du das Gift hast übersehen rausgegangen Los, komm! Nimm es und komm auch hier hoch! Los! Ich kauf! Oh mein Gott! Hey! Ich wollt mir grad einen neuen kaufen! Oh, das find ich nett! Ah! Du kriegst mich nie, du Mongo! Du kriegst mich nie, du Mongo! Du kriegst mich nie, du Mongo! Ich bin so schön! Du kriegst der Mongo! 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 Mongo Jerry, kennt ihr den? Mongo Jerry, ja! Mongo Jerry? Ich kenn nur einen Mongo-Shotney! Echt? Das war mal alles amart! Lecker! Mongo Jerry! Hefe von Videoern! Wo ist jetzt? Der? 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 Du? Du? so nennt man das heute. Mein Kopf hat gejuckt. Wer schießt denn da auf dich? Warum hast du auf Kapuze geschossen? Ja, weil ihr gesagt habt, dann ist es. Ey, du... OOOOH! Er hat's gedroppt! Irgendjemand muss jetzt sterben dafür. Hier rennt man. Ist das oder nicht? Ich glaub's dir einmal. Wer hat hier... Warum ist Kapuze tot? Er war's gar nicht, LOL! Du bist doch... Kapuze, die... Okay, Pizza gegen Melonen! Oh shit, die Melone ist weg. Oh nein! Wieso hat Kapuze gewonnen? Ja, weil er dachte, er wurde von einem Innocent getötet oder so. Aber er wurde von Traitor umgefahren. Die Melonen wurden kaputt. Nein, 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 wer hat das gebracht? Juli! Chilo! 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 Chilo will mich umbringen! Hast du Scheine gekriegt, die Pizza? Ja! Ich bin fast tot! Kapuze? Ach, der Granz! Der Granz! Der Granz! Der Granz! Der hat wieder Claymos aufgestellt, Leute! Ich weiß es! Hat er wieder Claymos aufgestellt? Aber... Irgendeiner ist safe und zwar der der den Katuz umgebracht hat! Alter, das Grund ran! Sorry! Random kill Nils war das! Kille! Lebt er immer noch im Keller? Nein! Granz ist der letzte! Was? Granz liegt immer noch? Ich hab den Lungen gemacht! Ich hab Kunden dran getötet! Das war dann doch nicht Granz! Ich kann so ein fataler Fehler passieren! Ich hab den Detektiv getötet! Ein Fehler war es ja nicht! Und dann failet bestimmt hier erstmal ein Zeug! Ah, fuck! Schade! Na, echt? Achso! Okay, shit! Ich war ja das... Das war gar nicht Kondran da! Das war ich! Ich stand genau... Ich hab den Detektiv gekültet! Ja, aber ich hab Kondran ja trotzdem getötet! Ich weiß! Ich wär eh gestorben! Ein Trouwer-Spiel! Nils hatte einen... Nils ist ja noch... Ich war das... Ich war das eine Hütchen Nils, über das du gesprungen bist im Lach! Negev! 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 Ne, das ist rassistisch, dass ihr mich Negev nennt! Negev! Ne, hatte ich Negev genannt! Ah! Ah! Gib mir das! Ja! Pixel hat ihr nicht bezahlt! Klaut im Waffenshop! Ey! Halt mal! Nils hat mich runtergeschubbt! 91 Schaden! Ey! Ja! Geh weg da! Junge! Ey! Hör mal auf! So rumzupfen, ey! Was kaufen Sie denn in Kapuze? Ich bin der Besitzerte... Ich hab noch nicht mal einmal auf dich getroffen! Oh! Nils! Ich hab vier Schüsse abgefallen! Ich hab vier Schüsse abgefallen! Mein Little Friend! Hinter dir! McFly! Unter dir, Grans! Hast du nicht gehört? Das ist unter mir! Nee! Da, wo du die Claimers immer legst! Ja! Ja! Da legt wer! Da ist er! Kapuze ist hier unten! Was? Nein! Ich bin nicht hier unten! McFly ist es! Nein, nein, nein! Was macht ihr hier? Hinter Kapuze! McFly hat auf jeden Fall auf mich geschossen! Wurde angeschossen einmal! Nee! Spinnkopf! 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 Ich bin weg da! Lauft! Oh Gott! Den euren beleidigungsen Spinnkopf ey! Oh! Duck dich McFly! Duck dich Fiss! Was ist, wenn du jetzt stehst? Ich bin weggelaufen! Lauft zueinander! Ich glaube es ist Fiss, er hat sich nicht geduckt! Nee, das war Nils! Aus wem kommt denn die Musik? Ja genau das versuche ich herauszuführen! Es war Nils! Aus Nils! Ja, aus Nils! Was? Oh! Du spielst den Musik! Dalu! 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 Deswegen hol ich auch da! Oh Nils! Da hinten hinten im Burgerladen! Nicht da hingehen! Da sind Clammer! Dalu Nils! Ich hab dich gesehen, dass du mir gekillt hast! Wer hat denn Chiro erschossen? Ich hab Chiro getötet! Ich bin safe! Dalu ist oben auf dem! Ohohohohohohohohohohoho! Den jetzt... Hast du jetzt keinen Luckshot gemacht oder wie? Ja! Im Rückwärtszслaufen wollte ich den schon! Wo ist denn Nils? Ja! Chico! Er hat irgendeinem das Leben gerettet, ey! Ich wollte mal Fies erschießen, und sie ist ins Bild gesprungen! Ich hab mich auch so gehörst, wo er in der Chico jetzt geschossen ist! Und ich stand dann auch noch im Chat. Ja! Ich konnte nicht mal sagen, dass... Double Rainbow. Oh! 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 Wenn ich es werde, mache ich Pixel direkt. Warum? Nur weil ich hier die... Richtig. Da haben doch so große Pläne. Nein, Nils war in Gefahr. Ich musste Nils helfen. Du warst ein krasser Typ. Krasser Typ. Alle fragen sich, wo hat denn nur die... Krasser Typ, ey. Amazon. Amazon. Cyber Monday. Am Arsch. Am Arsch war gestern. Am Arsch war gestern. Richtig am Arsch gestern, ja. Heute ist es eher so, du Mongo. Du Mongo? Die Mongo-Wochen. Und gestern war auch noch, du ehrenloser Bastard. Lass mich raten, was du traurig gesagt hast. Dafür erstmal ne... Fisk springt. Mein Shop hat sich verschoben. Er hat was für sich gesagt. Dein Shop hat sich versch... Ich wollte gerade sagen, der Shop hat sich verschoben. Gutschig, oder ob du es ansagst. Pixel! Wow! Pixel! Ja, check mal lieber erstmal hier, ne Junge. Check the Tapes, ja. Verrückter Mungo. Das ist ein kleines Badezimmer. Wo ist er denn? Noch ein kleines Badezimmer. Was bist du denn? Oh, wie liegt der denn? Der war doch eben hier. Warte mal. Wo kommt der ganze... Oh, hier liegt ich. Dann will es Pixel sein. Das ist jetzt mein Loner. What, what, what? Ach, sorry. Sorry, sorry. Nils? Okay. Pixel! Pixel ist auch tot. Ja. Warum, Nils? Warum Pixel? What? Warum hast du's getan? Pixel! Nooo! Weil ihr aufeinander geschossen habt und so. Warum? Ich hab die... Schütz mich! Da, du fliegt rum mit seinen... Ich hab den gefunden! ...Armbrust. Ich hab Angst. Es ist mir zu viel los. Hast du was, Shigo? Nein. Juli, willst du mich jetzt töten oder nicht? Letzte Chance? Nee, ich töte dich nicht. Dann guck Warner, sonst kann ich dich ab. Pfa! Das... Das will ich mir nicht beaten lassen. Was soll das? Such's doch! Oh Gott! Fall ich, Shigo! Hier ist eine Mikrowelle! Eine Mikrowelle? Ist die aggressiv? Oh! Oh! Was... was kann die? Keine Ahnung, hab ich sie... Keine Ahnung vielleicht. Achso. Die Knappieren. Kapuzt ist daneben gelaufen und die ist nicht hochgekommen. Oh! Da, Lucan! Ich hab die Mikrowelle gelegt. Ich trau mich nicht! Oh! Sorry! Das war immer! Ja? Nein, das war aus Versehen! Das war keine Absicht, es tut mir leid. Das war Shigo. Das war die Maus. Shigo, sie ist hektisch. Lasst mich doch mal anscheuch! Ja! Hä, ist das jetzt ein richtiger? Das ist ein Grappling-Hook! Achso, die Mikrowelle. Nein, die Mikrowelle. Wo gibt's denn hier eine Mikrowelle auf dem Map? Hast du den D her? Der lag in der Reihe einfach! Ja! Ich hab's nicht mal E gedrückt! Ich hab's nicht mal E gedrückt! Ich hab's nicht gesagt! Moment! Das können... Oh Gott, wer ist das? Oh Gott, das war die Mikrowelle! 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 Ich hab den magischen Schlüssel! Ich komm gleich, ich hab noch was zu tun! Hat jemand... Ich hab's ja auch nicht gesehen! Ich bin aber noch echt hier nicht zurück, glaube ich! Heuchler! Heuchler! Immer dieser Heuchler! Was heißt denn Heuchler? Heuch... Heuchler! Äh... Ja... Du kommst mit zu meiner Sammlung! Oh ja... Juli? Was ist denn der magische Stuhl? Hä, Harry! Ich wollte nur wissen, ob du noch lebst! Ich bin hier! Potter! Ich seh' dich jetzt gerade auch! Bon! Bon! Gut abgehalten! Wieso schießen wir eigentlich Land? Mach da nur ab! Äh... Es leben gar nicht mehr so viele, ne? Es leben noch vier! Also außer den Detis! Das heißt, es müsste ein Inno sterben! Es ist ein Inno da, der sich bereitbelegt in den Selbstmordsteil! Nein, Kunzahn! Du weißt doch, ich mach sonst immer was! Ah! Weil sonst wieder gerandomkilled wär! Weil Juli wollte mich nämlich einfach töten! Gerade! Ich glaube auch, es ist Juli! Nein! Ich setz mir in den Schneidersitz! Guck mal! Das ist Beweis genug! Nein! Ohne Witz! Also Juli wollte mich ja gerade töten, als ich oben auf das Dach gegangen bin! Ja, weil ich dachte, du bist eine Fröse! Hier ist ne Harpune! Wann kam die Harpune hier an? Ich hab sie gar nicht gehört! Hört man die? Lass auf da, Lukaku! Und Slide! Und Slide! Und Slide! Ich hab' Angst, dass er doch noch nen Flopper dazu hat! Wow! Willst du auf mich? Willst du auf mich? Willst du safe? Nicht auf mich! Willst du safe? So, da hast du die geworfen! Du hast die geworfen! Du hast die geworfen! Was passiert? Konfirm! Danke, auf die wurde die geworfen! Ja, ist doch alles gut! Okay! War so'n... Wer auch jetzt noch im Inno ist von den Lebenden, Juli oder Kapuze? Ja! Kann auf den anderen schießen! Ja! Dann erschieß ich Kapuze! Dann erschieß ich Juli! Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Kapuze ist! Er ist über die Mikro gelaufen! Du bist ja immer sicher! Das ist schon aufgefallen! Wo ist er? Ja, aber du bist wirklich über die Dingens gelaufen! Nein, ich bin nicht über die! Ich bin rechtzeitig doch zurück! Ja, Moment! Wo ist er denn? Die leuchtet ja rot! Ja! Hast... Dankeschön! Wo ist die Kapuze? Oh, der ist aber immer so fies, ey! Hat die wohl geleuchtet, ne? Wo ist denn der Punkt, Detective? Ich hab keinen... Keine Punkte mehr! Hast du kein Radar? Nee! Äh... Ich auch nicht! Die haben alle ihre Punkte ver... 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 Verkauft! Habu zu planen was Finsteres! Oh oh! Ich hab bisschen Angst, muss ich schon sagen! Stimmt im Untergrund! Schnappt ihn euch! Hinterher! Ja! Den? Das hat doch... Ne, das ist wieder! Ich bin im Untergrund! Ich bin im Untergrund! Ich bin im Untergrund! Er muss in irgendeinem Haus sitzen! Wahrscheinlich, wenn er eine Falle vorbereiten will, die auf jeden Fall noch sehen! Über Claimers oder so! Ja, dann könnt ihr ja mal vorgehen! Da ist er! Ich hab ihn! Hab ihn! Hab ihn! Ah! Oh Gott! Ich geh wieder raus! Hier! Hier war doch eben noch drin! What the heck! Oh! Da ist er gestorben! Er ist gestorben! Das fällt, my friend! Das war lustig! Nils und ich dann an der Leiche, Pixel dreht sich um, schießt uns beide an, Ull! Ich hatte irgendwann den Grappling-Hook, der ist mir zugeworfen worden! Ich hab das falsche Item gekauft, bevor das andere Ding haben! Ich dachte erst auf dich hochgeschossen, weil ne Harpune hätte ich ja gesehen! Pizza für alle! Und dann hab ich ihn da hingeschmissen, in der Hoffnung, dass irgendjemand, wenn den nimmt und damit rumspielt, dann erschossen wird! Die lag ja auf dem Boden! Die leuchtet ja rot, ne? Ja! Hat er ja nicht wissen! Ja! Ja, aber wär auch doof, wenn die roten Leiche... Heiliger! Das war ja nur... War ja gemein, aber... Ne, so ist das nicht! Die kaputte, falls du's nicht mitgekriegt hast, die leuchten nur rot für Traitor, ne? Traitor! Die Traitor! Die Traitor! Die verkauft! Die verkauft! Die handeln! Alter, Mag... Ich dachte gerade, du hängst mit der Granate an! Hab ich ja auch! Die Show Pinguine! Herzlichen Glückwunsch! Du bist auserwählter heute! Geh mal zu den ganzen anderen hin! Ist das Radio hier denn auch ein Traitor, wenn es gut läuft wird? Ne, ne... Was? Scheiße, Nils! Aus! Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Ja, ich war im Klon, der kommt rein und schießt... Achso, okay! Der hat niemals Kapuze aufm Klo! Das hat er dann abgedrückt! Auf dem Klo! Nein, dann hat er abgedrückt! So einfach! Das hat er Nils abgedrückt! Hat er eine Pizza mit Wurst bestellt! Wurst! Ich wollte da oben rein und dann bin ich weggeflogen! Wie hast du das gemacht? Ich öffne jetzt vor sich... Alter! Ein Friendship habe ich gefunden! Wieso hat Kapuze den nicht mitgenommen? Wem? Grand? Da bin ich gesehen! Was? Guck dran! Nein, jetzt schießt! Nein, jetzt schießt! Wer nicht tot, wer nicht tot! Hey! Ich rieche dir jetzt die ganzen... Nimm die Dinge den Magnetosteak und... Nein! Was? Warum haust du? Gott, guck dran! Wo ist er? Wo ist er denn? Falsch der 50er bist du ey! Aber wo ist er denn der kleine Kundran? Oder hau ich sie alle raus? Ja, wo ist er denn? Wir suchen immer auf den kleinen Kundran, er möchte bitte aus dem Belle-Paradies abholen werden. Ja! Nein, möchte ich aber nicht! Ich fühle mich aus dem Ruhe! Belle-Bart! 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 Wo ist er? Belle-Bart! Ist schon wie ein Fisk! Ja! Belle-Bart? Kann ich jetzt Blut? Oh mein Gott, so viel Blut! Der verkriecht sich gerne und hackt seinen Plan aus! So viel! Hier erst bei Traitor Joe's! Er ist bei Traitor Joe's, der hat Pixel gekillt! Was für ein Arsch! Er ist unten im Schießraum! Ja! Bei Traitor Joe's! Warte! Wo ist er? Huch! Ja, das war's gescheißen gefallen! Pixel auch schon tot! Kennst Traitor Joe's nicht, Rudi? Das ist schon gut, du machst irgendwas! Was denn? Ey, du, ich hab Dings gekillt, den nie zu depp! Ey, ich hab immer diese sinnlosen Beleidigungen! Nein, das war's sinnvoll! Das war nicht smart, weil ich hab ihn nie so... Woah! Joey, sorry, sorry! Was hast du denn gemacht? Alter! Echt? Was tut ihr? Gibt's seit neuestem so'n Unten-Fack-Weiß oder so? Grap! Ach ne, ich bin schon länger, ne? Hey, hast du da grad jemanden? Hey, guck mal hier, der hat alle gekillt! Fisk ist es! Fisk! Hab ihn! What?! Die ganzen Leichen! Hat Fisk jetzt echt alle random gekillt? Ja! Hat er ne gute Arbeit abgenommen! Nicht schlecht! Achso, deswegen! Godran läuft, oder irgendjemand läuft raus! Wo ist er, wo ist er? Cloak-Device! Wo? Auf der Straße? Ich will den Friendship machen es werden! Ne, ist jetzt in Richtung Kanalisation dran! Oh, okay! Hattest du ne? Eiskalte! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Bye! Bye! Tschüss!